okay dann machen wir doch dann geben wir jetzt unser bestes für das erste und grieche das momentum ist nie auf unserer seite müssen es uns immer erarbeiten die beiden ist nicht zusammen flog ich komme auch nicht rein ich komme gar nicht rein ich dreh mich tot, lebe tot, spawner tot, laufe tot ja, ne Chance gerade ja ja ein bisschen ruhiger machen wir da manchmal hat man das da macht die gegnerwaffe mehr schaden als die eigene einfach dann stirbt man schneller obwohl man früher geschossen hat unser kollege hebt die dinger wieder nicht auf was ich hasse ach mann scheint tot zu sein ja, wie viel Schuss hat der? 100 oder was? er schießt und schießt und schießt ach das war's doch wieder ja, wer weiß vielleicht hat der, so wie ich, ein 50-Schuss-Magazin ja, das war echt komisch, ja was ich nicht mag ist wenn man die Dinger nicht einsammelt obwohl man es könnte ach Mensch ach Mensch ach Mensch ja, ich strecke mich doch an oder was ich laufe vier Sekunden lang rum und finde keinen und dann ist er hinter mir gespawnt? Also manchmal spawnt man die aber ganz, ganz komisch. Ja, das sag ich ja. Das geht mir schon die ganze Zeit so. Ach komm, das war doch meine eigentlich. Was war das denn? Oh Gott, was ist hier los, Leute? Da waren sie wieder alle hinter mir auf einmal. Ja, manchmal ist das so. Ausgelöst. Mann! Nein! Fuck. Mann, 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 Mann! Mann, Mann, Mann! Wie? Mann, 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 Mann! Ja, da ist er rausgeflogen. Der ist erledigt. Perfekt. Feind vernichtet.